Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Wunderschönen guten Morgen an diesem Montag, dem 28. Januar 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 552 und ich habe euch die folgenden Themen mitgebracht. OneNote 10Q von 123. OneNote hat ein schönes neues Feature bekommen für die Windows Universal App. Wer bis jetzt den virtuellen Drucker oder in Anführungszeichen an OneNote-Sun sendet, mein Gott, Deutsch, es ist Montag. Wer das hat benutzen wollen, der muss bis jetzt das Ganze über den App Store oder den Microsoft Store nachinstallieren. Das Ganze braucht man, gibt es auf anderen Betriebssystemen für andere Apps auch und somit, ja, schön ist es jetzt drin, finde ich doch. Google hat ein paar, oder man hat beim Google Android Quellcode ein paar Dinge entdeckt. Im Android 10Q, also im neuesten Android, im kommenden Android, was dann mal wahrscheinlich an der Google I.O. ein bisschen genauer vorgestellt wird und dann auch in der Beta erhältlich sein wird. Da hat man ein bisschen was in den Smartphones ja schon seit vielen Jahren. Das war auch immer ein Ding, was Android-Smartphones den Apple-Iphones voraus hatten und nicht viele unterstützt haben. Am Anfang ein paar kleine, dann irgendwann mal Huawei dazu, irgendwann auch Samsung und so weiter. Das Feature soll in Zukunft eingeschränkt werden. Eigentlich ist es ja da, um vielleicht im eigenen Land oder im Ausland ein bisschen was zu sparen, die Ruhminkosten zu umgehen und ähnliche Geschichten. Das soll bald vielleicht nicht mehr so weit sein, denn Android oder Google möchte durch Android den ganzen Mobilfunkprovidern da mehr Macht geben. Sie können eine Black- und eine White-List führen, quasi welche Operatoren sie erlauben und welche nicht. Somit könnte man natürlich, wenn man nicht ganz so freundlich ist als Provider, einfach mal die, die günstiger sind, alle raussperren. Ich hoffe doch mal, das Code wird ziemlich schnell wieder verschwinden, so wie es gekommen ist. Ansonsten eine unschöne Bevormundung für alle Android-Nutzer, die sich ein Telefon gekauft haben, eben für genau diese Möglichkeiten. Gut, man kann ja immer noch nicht updaten. Und vielleicht bekommt man das Update ja gar nicht, dann wäre es ja nicht ganz so schlimm. Es sind aber auch noch ein paar andere Dinge mit drin, die nicht ganz so toll sind, hat aber auch viele Dinge, die toll sind. Und ja, was soll ich sagen? Google.io wird kommen in den nächsten zwei Monaten, ist Google und was sie gedenken zu tun. In der letzten Woche hat der Achim erzählt, dass Google eine 50-Millionen-Euro-Strafe aus Frankreich bekommen hat bezüglich der DSGVO. Eine Verletzung, die sie da begangen haben. Und da wusste man ja schon, Google wird sich dagegen wehren und das tun sie jetzt auch. Sie haben nämlich gesagt, sie haben sehr hart daran gearbeitet, die DSGVO-konforme Geschichte umzusetzen, so, dass es eben überall passt und so weiter und finden diese Strafe ungerechtfertigt. Ja, wenn man den Dienst halt natürlich vor zum Aussperren, zum, ja halt offen hatte, dann muss man sehr hart arbeiten, um das Ganze zu fixen. Mal schauen, wie weit das noch kommen wird und ob eben vielleicht da auch noch andere Staaten aufspringen werden und da auch ihre Klage gegen Google, ja, in Antritt nehmen. Das nächste Thema hat angekündigt, dass sie zwei Wege gehabt hätten, um an die diesjährige E3 zu gehen. Zum einen den Weg des Geldsparens, also ja, wohl auf dem Dampfer, denn er hat versprochen, dass es an diesem Jahr wieder was Ausgusses geben wird von ihm. Ich bin extrem gespannt, vor allem, da man ja eigentlich davon ausgegangen ist, dass es die Hürden gibt. Sehr, sehr spannende Geschichte. Es gibt Neuigkeiten zu Royole. Das FlexPi, das biegbare Smartphone, das Tablet, was es auch immer ist, würde als erstes faltbare Smartphone der Welt, welches auch in Verkauf gehen soll. Diejenigen, die es gesehen haben, haben alle irgendwie gemeint, ja, so ganz fertig schaut das nicht aus und so soll es anscheinend jetzt auch sein, denn in China gibt es keinen Mensch, der sich das hätte bestellen können. Und schön, natürlich ein bisschen PR, nicht Missbrauch, sondern ein bisschen PR mitgenommen als erstes faltbares Smartphone. Jetzt dürfen wir mal gespannt sein, was sie aus diesem Prototypen machen und wie schnell sie es dann trotzdem umser fährt. Ein Model S, der sollte mal schauen, ob er dazugehört. 14.100 zurückgerufen. Der Grund daran liegt, an den verbauten Airbags von Takata, die haben ein Treibmittel, den das die Airbags zum Platzen bringt. Und zwar so, dass anscheinend sogar schon Menschen gestorben sind. Daran habe ich bis jetzt nie gross was mitbekommen, aber soll so sein. Somit, auch wenn es nicht ganz so schlimm wäre, es muss ja nicht sein, dass der einfach so verfahrt auf der Autobahn oder sonst irgendwo. Somit, ja, wenn ihr dazu gehört, Fahrzeug zurück, es wird repariert und ihr bekommt es dann auch wieder logischerweise zurück. Und schön, aber solche Rückrufaktionen, die gibt es ja leider bei allen möglichen Produkten und auch Fahrzeugen aller Couleur. Das waren es, die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit gehabt habe. Euch wünsche ich einen schönen Start in diesen Montagmorgen und ich freue mich, euch diese Woche begleiten zu dürfen und jeweils morgen früh, wenn ihr aufwacht, eine neue Folge im Podcatcher reinzuspülen. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag, viel Erfolg und wenn ihr Lust habt, wir hören uns morgen wieder. Euer Pockipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geektop. Hört mehr Geektop Untertitelung des ZDF, 2020